So, zack, ist das der richtige? Genau. So, sie kann ihre Rüste mal rübergeben. Ach, ich liebe dieses verpackte Scheiß-Inventar-System. Oh, und gleich noch ein Gürtel, der noch mehr Reaktion bringt. Sehr gut. So, sie hat jetzt... Naja. Das bringt schon was. Okay. Okay, ähm, das Schild ist ein Holzschild, macht Rüstung 7, Goblinschild ist schlecht, dann kriegst du jetzt das Schild. Ach, der hat auch schon so eins, okay. So, dann können wir verkaufen das und das. Halt. So, und reparieren die zwei Rüstungen. Einmal für dich, einmal für dich. So, die ganzen Tränke bekommt unser Zwerg. So. Zack. Was haben wir das? Das sind Wunden heilen. 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 Und Krankheit heilen. Okay, die haben alle... Die haben nur... Der hat nur Kraft 5. Was macht das? Mach auch nicht mehr, okay. Aber die haben nur Kraft 2. Die könnte ich vielleicht mal pushen. Ging das nicht so? Ach nein, man muss den Katalysator ja erst mit einer leeren Flasche machen. Okay, Wasser wandeln. Das heben wir uns mal für schwer darauf. Dann haben wir diese zwei Steine zum Verkaufen und zwei Ringe. Warte mal, wer hat denn jetzt erkennen so gut? Das habe ich doch jemandem gegeben, oder? Vielleicht kann sie es ja erkennen. Das und das. Das lassen wir hier. Ah, schau mal an. Ah, der ist richtig schlecht. Okay. Gut, dann würde ich sagen, verkaufen wir das einfach. Guten Tag. Darf ich helfen? Weg, 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 weg. So, ich glaube nicht, dass sie mit einem Standard erkennen... Was lassen wir hier? Oh, sie kann die Ringe doch erkennen. Das ist alles? Oh, sehr schön. Dann. Verkaufen wir den Scheißdreck hier ja auch nach. So, verkaufen. Oh Mist, ich bin hier beim Falschen. Moment, da könnte ich mir aber ja... ...die ganzen leeren Trankflaschen kaufen. So, und da mal Katalysatoren reinmachen. Ach Mist, das macht ja magischer Trank. Äh, ups. Das ist jetzt ein Katalysator mit Kraft 10. Sehr schön. Was hat das? Auch nur 2. Das hat auch nur 2. Okay. Äh, zack, 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 zack. Dann pushen wir das jetzt erstmal alles auf Stufe 10. Das war's schon. So. Der hat 8. 5 und 6. Das ist auch schlecht. So, ist jetzt hier noch irgendein einstellig, der... Das war's schon. So, okay. Ja, würde ich sagen, machen wir aus dem Rest... ...Runden, heilen und magische Tränke. Steil zu Fleisch. Das brauchen wir vielleicht später nochmal. Äh, genau. Moment, wir schauen schnell nochmal, ob... ...sie vielleicht auch die Spruchrollen... ...erkennen kann. Okay, verlangsam. Und Stein zu Fleisch. Hätte ich nicht gedacht, dass die das erkennen kann. Verlangsam können wir verkaufen. Ja, vielleicht kannst du. So, verkaufen, das verkaufen, das verkaufen, das verkaufen, das verkaufen, das und das. So, hast du was für uns? Natürlich nicht. Gude. Dann könnten wir jetzt vielleicht nochmal schauen, ob... ...äh, hier, was die so kau... ...äh, was Gutes für uns hat. Äh... ...ne, hat er nicht. Danke, ihr Beutelschneider. Ja, halt die Schnauze. So, dann machen wir jetzt uns mal auf nach... ...ah, Moment, halt, ich muss nochmal kurz schauen. Siegelring in Erathia. Müssten eigentlich nochmal zu Total, ja. Hallo, ihr wollt reisen? Vielleicht machen wir auch erstmal nach Erathia. Und in Erathia war doch hier gleich... ...der Schmied, genau. Der Rat, der hat nichts Besonderes außer diesen Helm der Wasserresistenz, was ziemlich traurig ist. Äh, hier hat er... ...muss wir uns wieder belabern. ...die kann Schmied landen. Moment, das muss ich gleich mal prüfen. So. Vier. Vier, vier. Ah, was geht? Du redest doch nicht mit mir? Oh. Okay, das macht neun und das Ding elf, okay. Äh, sch... ...bär. Okay, und der hat fünf, okay, das ist alles viel besser. Aber wir werden jetzt ihm, ihr aus Spaß, mal Schwert beibringen. Nur um zu schauen, wie weit sie mit dem Schwert gehen kann. Okay. Nicht so weit wie mit dem Speer, aber Schwerte sind halt einfach cooler. Ach, ist das wieder schwer. Ne, wir lassen es mal so. Und wir laufen jetzt mal, wir laufen mal hier lang. Ich glaube, es geht, wenn man von Tatalja aus, so kenne ich es noch von Hieros, wenn man von Tatalja, äh, von... Genau. Von Eratia aus nach Westen geht, geht es nach Tatalja. So, wir werden jetzt Lord Markham mal sein... Ist das hier von gleich dort? Da geht es ziemlich einen Berg hoch. Wir werden Lord Markham mal sein Zeug zurückgeben, sein... ...sein Brief. Gibt es einen ganz schönen Berg hoch. Steht da was? Ach, hier steht was. Norden. Aha, geil. Okay, es ist wieder eine Reagenz hier. Und hier haben wir Erz. Hoch. Auftrag. Wie ihr vielleicht schon erraten konntet, sammle ich hochwertige Kunstgegenstände. Äh, wie, wie, wie zur Hölle hätte ich das erraten sollen? Naja. Momentan bin ich auf die Suche nach einer... Nach einer Gemälde... Ach, nach einer Gemälde... Erst lustig machen, wenn man zu Ende gesprochen hat. Okay, nach einer Gemälde-Serie. Eines von König Roland, eines von seinem Bruder Archibald und eines von der Engelsstatue im Hofgarten von Schloss Eionfist. War das eine Engelsstatue? Das war doch keine Engelsstatue. Naja. Diese Serie ist von unschätzbarem Wert und ich als Sammler bin gewillt, dafür sehr gut zu bezahlen. Wenn ihr den kompletten Satz Gemälde zusammentragen und sie mir bringen könntet, werde ich euch ganz sicher großzügig für eure Anstrengungen entlohnen. Okay. Wenn wir mal Zeit haben, werden wir auch das tun. So, was gibt es hier? Streitkolbenmeister. Das brauchen wir noch nicht zu wissen. Hallo. Huch, mit dem wollte ich gar nicht reden. Geh weg. Experte-Schwert. Also, das Schwert ist die Waffe eurer Wahl und jetzt werdet ihr gerne geschickt genug, um die Monster damit schnell zu besiegen? Dann kann ich euch helfen. Meine Lehren werden euch zeigen, wie ihr eure Klinge schneller einsetzt, als ihr das vorher konntet. Super, dann sind wir jetzt schon mal Schwert-Experte und können damit was. Fähigkeitswert verringert die Hormonset. Ah, schneller zuschlagen also. Okay. Halt, sind wir das schon? Gut, da müssen wir auf jeden Fall mitmachen. Gott, war das laut. Okay. Da gehen wir dann gleich hin. Wir schauen erstmal, was es hier noch so gibt. Kai, Lord Markham Smilla. Na, das klingt doch mal gut. Yes, Fire-Magie-Experte werden wir auch noch. Mein Keller. Eine Spur verdächtige braune Flecken führt hinab in die Dunkelheit. Ähm, nein. Das klingt mir zu blöd. Da gehe ich vielleicht später mal rein. Sand kaufen. Warum soll ich Sand kaufen? Körper-Magie-Meister, das brauchen wir noch nicht. Schifffahrtsplan. Ihr könnt in diesem Hafen dienstags, donnerstags und samstags ein Schiff nach Arathia mieten. Schiffe nach Bracadasägen montags und mittags. Nach Rafli legen nur am Freitag Schiffe ab. Wenn ihr die Priester-Aufgabe vollbracht habt, könnt ihr sonntags ein Schiff auf die Evinmon-Insel besteigen. Aha. Dann sollten wir das doch tun. So, mehr gab es hier nicht, ne? Und dem waren wir schon drin. Okay, dann gehen wir mal zu Lord Markham Smilla, die etwas anders aussieht als die ganzen Häuser, die wir gerade eben schon besucht haben. Naja. Halt, Lord Markham wünscht keine Besucher, die in seinem Haus herumspartieren. Wenn ihr gekommen seid, um mit ihnen zu sprechen, ist uns ein Gemach direkt im Noten vom Eingang. Ich find's schön, dass man in Häusern mit Himmelsrichtungen spricht, naja. Ah, die Wettbewerber. Ich hoffe, ihr seid nicht hier, um mir die Hammondale zurückzugeben. Wenn ihr den Vertrag anschaut, den ihr uns geschrieben habt, werdet ihr auf Seite 9, Subparagraph 3, Sektion C ausdrücklich sehen, dass unser Geschäft unwiderruflich ist. Der Handel ist wirklich wasserdicht. Ihr habt die Fahrkarte gekauft, jetzt müsst ihr auch mitfahren. Ich hoffe, es ist wirklich gehen. Entschuldigung. Und nun gibt es noch etwas, worüber ihr euch unterhalten möchtet. Auftrag. Ein Brief von Norbert Rush, dem Historiker. Lasst mich sehen. Lord Markham überfliegt den Brief. Hm, er will den Pfauen-Federkeil, der bei der Unterzeichnung des Vertrags von Peerpoint verwendet wurde. Ja? Nun, der er anscheinend das angebliche Original des Vertrags besitzt, sollte wohl auch der Federkeil ihm gehören. Er hat mir im Gegenzug jedes beliebige Stück aus seiner Sammlung versprochen. Bringt ihm dies und sagt ihm, dass ich ihn bald besuchen werde, um seine Gegenleistung entgegenzunehmen. Hm. Das war ja einfach. Okay. Dann gehen wir mal wieder. Und was muss ich jetzt schnell machen? Wo steht das? Achso. Passen muss wieder kein Norbert Rush in Eratia. Okay. Wir müssen nach Eratia. Und da liegt einfach so ein Gürtel rum. Ich würde es gerne erst mal lernen. Aber schön, dass wir schon mal wissen, wo wir Experte werden können. Reveriemeister. Auch nicht schlecht. Ketten-Experte. Das ist gut. Du brauchst das gar nicht werden. Du wirst das. Und du wirst das. Okay. Sehr schön. Was macht das? Die Verlängerung der Erholungszeit wird halbiert. Oh, das ist schön. So. Handel. Achso. Das ist wieder nur die Beschreibung, dass man handeln kann. Waffenmeister-Experte. Was ist denn Waffenmeister? Aha. Okay. Man kann dann mit allen Waffen besser umgehen. Das ist natürlich auch geil. So, ist hier hinten noch irgendwas? Sieht nicht so aus, ne? Außer Sumpf. Ja, da ist auch die Welt zu Ende. Da geht es nicht mehr woanders hin. Das heißt aber auch, dass hier keine Monster sind und wir relativ sicher sind, da ist noch was. Ist das überhaupt noch auf der Map? Ja, gerade so. Was ist das denn? Achso, ein scheiß Schrein, oder? Da liegt ein Dolch. Hier liegt Geld. Das ist geil, was hier so angespült wird. Da ist eine Trankflasche. Noch ein Dolch. Okay. Gut, dann schauen wir mal, was es hier nach Ampyr gibt. Oder Amkai. Wie auch immer. Keine Ahnung, was der Unterschied ist. Ach, die Taverne. Schau mal an. Sechste, das ist ein Sech... Entschärfen. Ha, sie kann's. Dann bringe ich ihr das doch bei. So. Ich könnte jetzt Acromade spielen, da habe ich aber aktuell echt keinen Bock drauf. Weil das bestimmt sich wieder absolut in die Länge ziehen wird, der Speerexperte. Geil. Es läuft ja. Vielleicht kann es mir jetzt mal zum Schaden addieren. Uuuuh. So, Luftmagie-Experte. Was ist denn los hier? Ach, ich kann... Verdammt. Das ist ärgerlich. Wir müssen unbedingt hier aufsteigen, weil das... Das ist... Ultrawichtig. Ach, wir haben sogar noch 20 Dosen Guthaben. Seelenmagie, haben wir das? Ach, fuck. Kreuzritter müssen wir sein. Wir müssen also überall erstmal aufsteigen, so wie ich das hier sehe. Was war das? Was war das? Get'res. Deon wir wiederholt. Vielen Dank.